Musik Hallöchen, Freunde, leichten guten Tag zu einer neuen Folge MG Reads. Wir schreiben die Kalenderwoche 17 und das sind die Spiele, die vom 23. bis zum 29. April erscheinen. Wieder mal ein paar interessante Spiele mit dabei und eins wollen wir euch besonders vorstellen und zwar unseren Spieletipp. Unser Spieletipp dieser Woche ist ein interaktives Spiel- und Bastelset. Nintendo Labo für die Nintendo Switch ist in erster Linie für Kinder gedacht. Die Spieler können aus Pappkartonvorlagen bestimmte Modelle bauen und diese mit Hilfe der beigelegten Software und der Nintendo Switch zum Leben erwecken. Es wird mehrere Sets geben, die unterschiedliche Modelle bieten, die Toycons genannt werden. Das Multiset beinhaltet folgende Toycons. Das Toycon RC Auto, die Toycon Angel, das Toycon Haus, das Toycon Motorrad und das Toycon Klavier. Das Robo-Set beinhaltet den Toycon Roboter. Mit Hilfe eines Papprucksacks können die Spieler in die Hülle eines Roboters schlüpfen und die Steuerung übernehmen. Nintendo Labo erscheint am 27. April 2018 mit diesen zwei Sets exklusiv für die Nintendo Switch. Das Multiset erhält eine Altersfreigabe ab 0 Jahren, das Robo-Set ab 6 Jahren. Ja, das war mal wieder MG Reads. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eure positiven Bewertungen freuen, wie auch über eure Kommentare und Abos. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.